sehr sehr gut ihr seid wieder dabei dann schauen wir uns doch mal den weg dazu was an beziehungsweise der weg zum zora dorf können wir nicht nehmen als rutsches das heißt wir müssen definitiv laufen und es steht uns harte kämpfer an stimmt an diesen ganzen ich dann wenn ich alles akkofatz alle hier zu kommen am besten erledigen können okay 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 I am Oh, wir müssen noch über den Weg gehen, ja Ah Okay Okay Okay, warte mal Mag nicht so Die Bogen gleich zerbricht, das ist egal Das ist voll Die Bogen wegschmeißen Ich möchte eh bald Okay Die Bogen wegschmeißen Die habe ich ja noch Die Bogen wegschmeißen Jetzt auf Das macht nichts Wir haben noch zwei Feen und Wir haben die vier uns wiederbeleben Ich bin noch einsam Blöd Wenn ich das abtreibe und nicht mehr zurückkomme Das wäre sehr fatal Hallo So Ein paar Sachen eingesammelt Ja Ein paar Sachen eingesammelt Das ist ja Lenn Woran hier? What? Ich muss ja alle mal Pfeile dabei haben. Ich muss keine kaufen. Gehen soll, ne? Paxi-Trüffel. Da kann man richtig gute Sachen dabei kochen. Die hauen denn... Durch? Geht nicht? gut nächsten mal machen jetzt gerade nicht hier hoch noch mal gehen ein paar sachen über auch perfekt die sachen die ich werde trotzdem noch etwas essen blick oder und auch den mann und jetzt hat man mal genug reingehen gut immer schnell die medizin nehmen soll und mehr laufe ich erledige draußen oh Da ist ein Drauggang. Irgendwie reinschleichen so ein bisschen. Gut. Headstopp würde ich sagen. Okay. Darauf gehen wir hier. Warte mal. Ich habe auch keine normalen Feinde mehr. Das müssen wir sammeln. Oh. 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 die waffe ist weg die ganze energie wieder ich werde es nicht mehr auf nein ich werde es nicht mehr auf und ich kostet hier geschafft so einer war da noch irgendwo glaube ich das ist immer erst irgendwie doch meine da ja ein paar pfeile ja den bogen immer trotzdem mit denn dann kann man zusammen ich glaube es nicht bei ihnen ganz komplett durch weil das ist ja der weg ja das war ein kleines nest hier aber das wenn er sich nicht gleich die leckung jetzt immer weiter hier war ein kleiner hinterhalt hier was sie kann durch die wind durch die wand hopsen hallo hier bin ich hier gut mir leidet sich über die distanz anschreie bis zum dorf ist es noch weiter du kommst gut ich weiß ich habe gleich hier leicht schwimmen hier entfluss aber mir dann kämpfe ich mit dir nur nicht jetzt sagen mein freund du schaffst da ich habe es schon so nein ja ich hätte vom weiten abschießen sollen ich hätte die vom weiten abschießen wie bescheuert war das denn leute wie bescheuert war das denn ergebt mich gerade sehr 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 gespeichert nachdem ich mir sie dann gerade hier Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. rüber sehr gut ohne kontakt hat und Patti Lanzen, Patti Lanzen, Patti Lanzen, wer haben wir irgendwo? Oh nein! Was ist denn ein Blitzpfeiler, ey? Ähm, ich habe noch ein paar Sachen. Hm. So, der ist auf jeden Fall tot. Gut, ich muss noch was essen. Ach, Mann, das war echt. Das sind Sachen weg, die ich suche. Ach, Mann. Ja. Schliere auf. Na komm. Oh. Ahm. Oh, das ist nicht euer Ernst. Ey, es gibt's doch gar nichts, kommt noch weiter aus. Ey. Okay. Oh, Mann. Ah! Wo bist du denn? Ich bin schon abgefassen. Nein. Ach, Mann, oh, ey. Doch gar nicht. Das war jetzt gerade echt doof. Aber ich habe vorgespeichert. Das heißt, ich könnte jetzt... Er hat ja vorgespeichert, dass ich ein bisschen geskillt daran ging. Das weiß ich, wie viele sind. Sollte auf jeden Fall möglich sein, die zu killen. Wir werden auf guter Distanz. Ich weiß jetzt, wie viele das sind ungefähr. Hör auf! Echt viel Leben, äh, viel, auch viel... Oh, nein, ja. Oh, nein, jetzt viel habe ich noch. Jetzt echt. Schön. Ich weiß jetzt, ich habe gedacht, ich kann... Ich weiß jetzt, ich weiß, wie viele sind. Ich weiß jetzt, wie viele sind. Ja, ich weiß jetzt, wie viele sind. Ich weiß jetzt, wie viele sind. Mich glücklich ist. Nein! Oh! Nein! Oh! Oh, ich muss das. Oh! Hey Leute, Leute, Leute. Oh, mein Gott. Such's noch einmal. Das gibt's doch gar nicht. Schlecht? Muss ich mich selber anstecken. Okay, dann... ... ... ... es ist es ist es ist es 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 alle elektrofahrte benutzt aber so kann er ruhig kommen jetzt auch mann 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 immer zum dorf ankommen ja ich weiß nicht dazu du hast erstmal egal ankommen irgendwann so was wir schon mal auf dieser riesigen brücke achte schon link nicht so nah und doch so fern was aber ich wusste dass diese brücke erklären soll ich mir lange dann kommt es doch dazu was ich schon mal vor wir sehen uns an der dorf ohne einen link und hinten kommt der monster auf sich zu pass auf ich habe mir ich habe mir ich habe mir ich habe mir ich habe jetzt ja her hätte man töten können muss man aber nicht hoch wo wir müssen was machen und zwar ein pilser er wird nicht platt machen nein nein auch man das ist ja ernst ich hasse diese zitterlinge nervt doch jetzt auch wirklich das ist durch wir müssen dadurch leute das wird eine lange folge diesmal aber wir müssen dadurch auch mann Vielen Dank. ganz mehr nichts anhaben glaube ich direkt daneben sitzt gut okay weiter hoch nervt mich oder kommt hat aber recht Vielleicht die kann ich nochmal gebrauchen? So, der liegt da so hoch. Ja, ja. Wunderbar, und das ist auch ein Schrein, den wir da haben. Das sind vielleicht nicht jetzt. Jetzt haben wir das Dorf erreicht. Oh, was auch noch geklappt hat. Und was uns da erwartet, das schauen wir uns einfach an. Nein, tschüss. Bis zum nächsten Mal.